Aber komm, 8 Lebenspunkte hab ich noch. Das stimmt ja, wenn ich auch einmal tot bin, dann sind die ganzen speziellen Attacken weg. Die versenken übrigens nicht im Wasser. Was war das denn? Das hatte ich noch nie gehabt. Das einzige Gute ist, dass die Gegner nicht respawnen. Also einige. Und das ich verloren hatte lag daran, weil Hercules nicht reagiert hat. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ja! 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 Mann, Alter, ihr scheiß Vögel, geht mir nicht auf den Sack. Alter, ich bin kurz vor dem Boss, ja komm, erzähl mir keinen Scheiß, ich bin doch tot. Oh Mann, also jetzt wird's landen und wirklich peinlich. Ja, beim ersten Durchgang hat doch alles gut geklappt, also damals und jetzt läuft dem irgendwie gar nichts. Öh, der lebt ja wieder. Soll. Oh, schön, dass du sie wieder einsammeln darf. Mann, scheiß Vögel. Mann, scheiß Vögel. Du kannst ja auch nicht reinlegen. Mann, scheiß Vögel. Mann, scheiß Vögel. Mann, scheiß Vögel. Mann, scheiß Khole, Lots. Leit ca. Mann, scheiß bei wenigerâu. members of meme. Da frage ich mich, wie habe ich das? Da ist noch irgendwas. Was hier? Ja. Dann wenigstens noch mal eine schöne Heilung am Ende. Das Problem ist, ich muss das Vieh töten. Wenn ich die 100% haben möchte. Wie die Münze erst mal auf das Wasser geflogen ist. Boah, 45 Minuten. Okay, es hätte alles viel besser sein können, wäre ein Betrug nicht da. Und wer hätte das gedacht, Nessus als Endgegner. Um ihn zu besiegen, muss man erst mal hier rauf. Wenn er weggeht, muss man auf ihn raufspringen. Dadurch verlinkt er Lebenspunkte. Bis wir fast beim Max sind, schmeiß er mich runter. Jetzt machst du jetzt quasi deine zweite Phase. Die viel mehr Schaden macht. Immer kurz die Sprung-Taste leicht drücken. Und dann wieder hier rauf. Ja komm, erzähl mir nichts. Ach, erzähl mir nichts. Das war vorhin auch so und es hat geklappt. Das war vorhin auch so und es hat geklappt. Sag mal, willst du mich auf den Arm nehmen? Ich glaube, ich werde gar nicht alle 10 Level aufnehmen. Es war aber sehr kurz. Komm schon noch einmal. Okay, gut, ich werde dann... Ein bisschen trainieren. Hey Mac, komm mal, sag ich mal sein Hintern versuchen. Nein, und den jetzt ein Göttings besiegen, müsst ihr das machen. Yeah, geschafft. Ich habe alle Buchstaben eingesammelt und ich müsste auch 100% haben. Was? Anke Nummer 6 und 9. Was? Zielen! Dennoch schwächeln? Willst du mich auf den Arm nehmen? Ja. Okay, das ist jetzt für mich echt ein Rätsel, warum ich nur 98% habe. Haltenstufe kann ich mir vorstellen, weil ich zweimal gestorben bin. Aber nur durch die ganzen bekloppten Vögel, die jedes Mal in den Lauf gesprungen sind. Aber gut, ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder bei Herkules. Ich werde es jetzt hier nur noch speichern. Bitte warten, die Memory Card wird überprüft. Leerer Block. Okay. Ja, und das wird das nächste Level sein. Theben, Erleben und Sterben. Nein, was mache ich? Bin ich doof? Bin ich doof? Egal, dann... Egal, wir sehen uns zum nächsten Mal. Tut mir leid, dass ich gerade das Video übersprungen habe. Meine Damen und Herren, es geht nun wieder weiter in Disney's Herkules. Das letzte Mal hatte ich Level 1, 2 und 3 geschafft von 10. Es sind nur noch 7 dran. Und jetzt kommt mein Favorit-Level. Ob ich mich wie das letzte Mal wieder blamiere, erfahren wir heute. Also, ähm... Theben, Erleben und Sterben. Mann. Ihr kriegt doch jetzt nicht im Froschenhals, oder? So, Katze kommt. Ich finde diese eine genial hier. Die rot. Also, die mit dem roten Kleid. Ah, verdammt. Der sowie die Katze, das sind zwei Hindernisse. Also, es geht hier unten weiter, aber das werde ich noch nicht machen. Und das ist Kacke. Erstmal geht Schirr hin und tun mir hier die Gegenstände. Und hier ist noch eine nächste Katze. Und hier ist noch eine nächste Katze. Und hier auf dieser Karte gibt es zwei Bosse. Ich habe ihn gehört, aber zu spät gesehen. Übrigens... Auf... Ähm... In diesem Level treffen wir alte Gegner wieder. Und das mehr als zweimal. Ich glaube sogar dreimal. Wo ist das, was jetzt kommt? Loll? Weg da! Kannst du, Dicker? Ich finde es lustig, wie die sterben einfach. Der macht einfach tausendmal Rollen und der... im Stehen rollen. Warte mal. Hier hat die Grünen, die gehen... Egal. Wenn sie in der Nähe ist, sofort abhauen. Bei ihr kommt ein Erdbeben und da kommen dann... Ja... Halt! Trocken! Also Steine herunter. Von Gebäuden. Jetzt kommt der erste Gegner. Zwei Minotauros. Ich glaube, die heißt Minus. Äh, Minus. Äh, wie heißt der? Irgendwas mit M. Ja, man kann hier so ein bisschen schummeln. Und wenn ihr direkt vor der Treppe steht, dann schmeißt er nach euch. So wie wenn man hier vorbeigeht. Aber hier... wirft er da... neben sich. Für viele Bosskämpfe gibt es insgesamt ich glaube sechs. Nessus, der... noch ein weiterer Feind... Der hat mich ja fast getroffen. Ähm, das sind schon insgesamt drei. Nach diesem Level kommt dann... kommt noch ein Bosskampf. Vier. Äh, das ist Level vier, fünf. Level sechs kommt auch nochmal ein Bosskampf. Das ist dann der fünfte. Seit wann kann der hinten nach hier werfen? Und dann kommen zwischenzeitlich so kleine Minibosse. Also es gibt insgesamt sechs Bosse. Und zwei Minibosse. Jetzt müsste er futsch sein, oder? Achso. Kommen noch weitere Gegner. Es geht schon. unten weiter. Aber da möchte ich noch nicht lang gehen. Ich habe zu spät reagiert. Gut, dass ich den noch nicht eingesammelt habe. Was machst du denn da? Dann holen wir jetzt mal diese Sachen. Alter. Anzulare! Ah, ich fahr doch weiter. Okay, hier war's. Äh, das war's. Hier war's. Vor allem, ahem, so. Leider kommt jetzt der zweite Bosskampf.